Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Heroes of Dungeons nach Lang wieder mit mir Adewaar1993 und dem... Jawohl! Ähm, es geht hier los mit dem neuen Rechner, darum kann sein, dass die Sound-Einstellungen noch nicht so wirklich passen, aber ich hoffe mal. Und ja, wir sind diesmal Amis, nicht so wie in den vorherigen Gameplays, äh, Commentaries, äh, ja, deutsch. Und ja, er radelt da erstmal schön. Jo, ich stram mich jetzt erstmal schön hinab und fahr zu E. 4. Jetzt mich natürlich ruhig mitnehmen können. Nö, jetzt nehme ich schon hin. Kein Bock mehr zurückzufahren. Weil ich bin noch direkt hinter dir. Kommt doch, er hat ja gerade angewatschelt. Tut mir leid, er ist beschossen. Ist mir grad zu... ist mein Spiel zu blöd, da ich Treppe hochzugehen. Geht doch. Und siehst du, ich war durch deine Gläser, was? Hm. Ja, doch. Wie, kann man... Darf ich vorhin grad sagen, kann man nicht mehr zu zweit doch. Angriff! Ist die beste Verteidigung. Oh ja. So. Viele Spieler sind wir aber nicht. Vier gegen fünf nur. Ja, die wollen uns fesseln. Deswegen. Damit wir nicht mehr weiter vorrücken können. Hm. Das ist eine altbekannte Traktik in diesem Spiel. Und auch sehr beliebt. Naja, ist auch sehr viel jetzt neu zugekommen. Definitiv. Ja. Vor allem die neuen Rangsysteme. Ja, die kommen. Ja. An sich ist auch der komplette Overlay. Komplette Overlay, äh, neu. Jawohl. Jawohl. T-Beck. T-Beck, nicht vergessen. Na, ich will richtig... ...mal ganz, mal ganz wichtig. So, Feuer frei, fahr' mich mal ein Stück ordentlich. Ich kann sonst nichts peilen. So, passt. Können wir gleich vorrücken. Ja. Schön, die Gegner waren. Ja, vorne, voraus. Ich war ja schon. Ja, ist tot. Sieht gut aus. Ach so, ja, und warum kam eigentlich so lange nicht mehr von dir? Ja, erstmal, ich bin der Freude, die Folge. Vorhanden. Und der ist mir nicht. Ähm. Ne, ich bin ja in der Freimittlung, ich bin ja jetzt freiwillig Feuer aktiv. Freiwillig Feuerwehr aktiv, so rum. Ähm. Dort hatten wir einen schweren Autounfall mit fünf Personen. Darunter ein kleines Mädchen. Und ich hatte das Glück gezogen, dieses kleine Mädchen aus dem Auto hinauszuschneiden. Mit Schirr-Spreizer. Und, ähm, wenn ein kleines Mädchen vor der liegt, schreint, Kopfwunden und all so einen ganzen Scheiß. Vollprogramm, Knochenbrüche, Kopfwunden, ähm, Fleischhundentiefe, wenn mein Blut der Schrumpf ist, möchte man nicht der sein, der es rausschneidet. Ähm, das kann schon mal ein Trauma geben. Ja, natürlich. Ne, dieser Anblick, äh, ist nicht schön, das kann ich mir echt vorstellen. Jawohl. Double. Okay. Ja, Ballett oder ne? Ne, das kann ich mir echt gut vorstellen. Scheiße, rechts an der Mauer. Ähm, ja, da ich auch schon oft genug unfällig an der Hauptstraße gesehen habe, äh, joa. Direkt bei uns auf Rauffahrt. Dazu hatte ich noch einen Leergang, Truppmann, Ausbildung von der Feuerwehr. Ähm, und, ja. Ja, dann ist mein Mikro noch kaputt gegangen, habe die ganze Zeit nur noch Mono-Sounds gehört und mein Mikro ging auch nicht mehr. Ja. Das war der Gone. Ja, und letztens wollte er aufnehmen und hat, ja, den Stimmensound vergessen einzuhauen. Genau. Da ich ein neues Mikro habe, mein neues Headset, ein 71er-Headset, und musste ich auch den Story umstellen. Jo. Das habe ich nicht gemacht, man sagt, vergessen zu machen, und dann kam es zu diesem Fail. Oh, ja, konnte man hier eigentlich bei seinen Squad-Micklern spawnen, nee, ne? Nein, noch nicht. Noch nicht, aber ich habe gerade ziemlich gut aufgeräumt. Noi. Ja, und mit Unfällen kenne ich mich auch ein bisschen auf. Hier ein bisschen an der Hauptstraße da. Direkt bei uns an, also das ist ein komplette Allee. Also, besser gesagt, ein Chossé. Und direkt, wenn wir auf unserer Auffahrt stehen, rechts ist genau, Schnauze. Ähm. Ein Baum, und da ist mal so ein alter Opa, schön mit 80 ungebremst geringe. War nicht so präkert. So, E2. Haben wir ja gleich auch schon. Sollte ja eigentlich ein Rushes Gameplay sein, ne? Ja. Wops. Halt runter da. Oh, ich will auch noch punkten. Man sollte es aber nicht zu lang ziehen, dieses Gameplay. Nee, das ist wohl wahr. Auto. Hinterbaum. Warte. Ich gehe mal aus. Bisschen höher. Palm tot. Das ist wahr schon. Hab ihn erst tot. Der hinter Baum, hier habe ich gar nicht gesehen, von hier aus. Ähm. Ja. Der Beschuss. Fuck. Alter. Dein Baum ist so einer. Wo er irgendwo in den Steppen gerade... Krass. Nicht sehen. Nicht... Nicht wirklich, sagen wir so. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das war ein ziemlich rasches Gameplay. Ja, sage ich ja. Sieben Minuten geht es mal gerade. Darum also. Ja, und ich habe ihn echt nicht gesehen. Ich habe zwei Granaten kriegen. Und ich bin Erster. Naja, mit 6... Nee, 7 zu 3. Ist assistabel in diesem Spiel. Ist ganz gut für diese Dauer. Ja. Oh. Scheiße. Woher hängen die denn? Ich sehe die nicht. Ist doch zum Kotzen. Oh, verliert den letzten Zugangspunkt. 50% nur noch. So. Dann werde ich mich mal aufs Haus draus setzen. Ja, darum. Ich frage mich immer noch, wo die hier hängen. Müssen denn die am Gras eigentlich drinnen hängen? Ja, hinter den Bäumen. Warte. Nein. Scheiße. Zwei Leute, ne? Einer steht ein bisschen dichter. Und der andere steht genau hinter dem Typen, ne? Wenig klar weg. Genau den dahinter, der ein bisschen weiter weg ist. Hehe. Das ist super. So. Pam, pam. Gewonnen. Das war es eigentlich schon. 3.400 Kohlen. Und ja, in 8 Minuten... Na, niemals. Das machen wir jetzt nochmal neu. 3.430. Ja, hab ich auch. So, und wir sehen uns gleich im nächsten Game. Das ist einfach zu kurz und schnell ne rasche runter hinterher. Also, bis gleich. So, da sind wir. Ey, ich hätte fast eben die Aufnahme verpasst. Weil das einfach so episch aussieht gerade. Einsatzort wählen. Zu Fuß. Feuer frei. Das dürfte auch eine neue Karte sein. Ja, sieht zumindest so aus. Alter. Ich wollte... Mann, ich war hinten als Erster am Ding ins Ranne. Mann. So ein Arsch. Tankstelle. Tankstelle. A4. Er wird erobert. Ach, nee. Ist eine alte Karte. Die Karte. Die Augungspunkte, wenn er es eine zeigt, werden nur die nächsten Punkte eine Nummer. Hm. Das war cool, ja, so konnten wir jetzt schon zu A3 vorfahren. Pass auf, er kann sich überfahren. Na, passt schon. So, ein bisschen Punkte. Alter, der Typ mit dem Fahrrad hätte mich gerade umgefahren. Abwahrt. Ja, im Moment ging er unter welchen mitnehmen kann. Die wollen nicht. Doch, einer will noch. Mich hat aufzielt, Alter. Ja. Er dreht es erst mal um. Was los? Welcher Arsch? Schub mich hier an. Oh, du bist doch so ein. Ich hab noch eh gedrückt. Ich hab noch eh zum Aussteigen gedrückt. Hab da aber nichts mehr gebracht. Alter, nein. Jetzt darfst du... So, jetzt fahr ich hier mal, ne? Lol, fuck, sorry, sorry. Ja, super. Das war nicht meine Absicht. Ohne Scheiß, das wollte ich nicht. Ich wollte kein Massenmord verankommen. Da kommt ein... Patzer. Ein deutscher Panzer. Ein Panzer 3J1. Ja. Ein kleiner Panzer. Panzer, ich begrüße dich. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Das hatte ich auch gerade im Kopf. So ein Arsch. Guck da oben kurz aus dem Lucke raus. So, schöner Kopfschuss. Alter. Die können sie hier vergessen. Nehmen sie nicht ein. Oh, oh. Da steht noch ein Panzer. Ich habe eine Arschkarte. Ich werde eingekreist. Ähm, ich bin gerade bei A3. Ja, ich hänge hier oben, ne? Immer noch. Da steht ein Panzer. Da kommt noch ein Panzer. Und hole die gerade alle weg. Also nur die Panzer können jetzt gerade was ausrichten. Und die nehmen A2 gerade ein. Und ich kann nichts machen. Außer ich ran atemheilen. Rechten wir da. Nö. Juckt denen nix. Scheiße. Hat der mich gesehen? Ich war extra so ruhig gerade. Der so nah. Und mal. Ich habe keine Panzerabwehr bei. Ja, warte. Ich komme jetzt. Ich versuche jetzt, wie man mit einem Fazit zu kommen. Hier. Kannst du mir vertrauen. Ich bringe dich nur um. Naja. Ist mir klar. Alter. Mein Browning hier. Tanz gerade voll ab. Gut, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Voll Dance. Voll Zuckung nach oben. Ja, ohne Scheiß. Muss doch, ihr musst du sein. Ein paar hätte sogar gepasst. Was waren hier? Ping-Anzeige. F7. F7. Ich habe ein 70er-Ping. Ging sie so. Keine Ahnung. Ja, irgendwie verlieren wir gleich schon mehr. Nein. Ich lasse mal auf A2. Ja. Buh. Einfach mal Wände durchlöchern. Oh, ist er behindert. Ich habe einen Minuspunkt. Ich habe einen Minuspunkt, weil man so eine Dote davor gerannt hat. Oh, voll ein Jeep, Alter. Es sieht gut aus. Aber ich habe hier gerade einen Deutschen gehört. Deutsches Auto. Da. Ihm hier. What the? Ein habe ich gekriegt. Ach, da ist ein ganzes Panzerwagen. Ja, den. Hä? Panzerwagen wo? Hm. Oh. Hinten bei A1. Ecke hinten durch nach A2 gleich, weil ich bin der Nähe von A2 ispawnt. Okay. Ich habe den Typen gerade einen Kopfschuss mit den vier Linksgeschützflacken gegeben. Ihre Einheit wartet auf Befehle. Ach, du bist hier der Zugführer? Das ist mir auch gerade bewusst geworden. Und ein Panzerkampfwagen ist da. Panzer. Der Dreier. Hier ist mir auch gerade bewusst geworden, was ich da bin. Wo bin ich denn? Da bin ich. Die wandert. Sooo und dann. Cool. Auto kommt. Ja, die nehmen aber A1 ein. Also von daher. Ich bin so. Ich bin so. Die, 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 Amerika verliert den letzten Zugangspunkt. 24 Prozent. Lauf, 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 lauf. Die Charm replays part of the models. Basically an ESP-Hack. Was ist ein ESP-Hack? Dein Plan. Ja, genau. Ah, man, ey, scheiße. Ja, verloren. In Gott. Ja, jetzt wenigstens ein Part. Zweimal acht Minuten sind 16. Passt du? Ich kann rechnen. Hörst du meinen Applaus? So, jetzt noch ein oder zwei Runden. Mal gucken, so was noch ein zweiter Part ist. Und dann, ja, vielleicht auch noch mehr. Mal schauen. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Spiel. Oh, nur Moment.